Die Wettershow In Rom alle Temperaturen hier über 30 Grad. Und bei uns in Österreich ist auch ein warmer Tag angesagt. 33 Grad werden es in Wien. Außerdem 31 Grad im sonst zu kühlen Waldviertel wie in Zwettel. 31 dann in Graz sowie auch in Klagenfurt. Und richtig heiß dann im Westen des Landes. Innsbruck 36 Grad, 34 Grad in Bregenz. Die 24-Stunden-Prognose für den Westen präsentiert uns Sonne pur. Und das den ganzen Tag maximal 36 Grad. Wolken gibt es, wenn überhaupt, dann in den Nachtstunden. Auch im Osten keine Wolken im Himmel. Den ganzen Tag Sonne pur. Ferienwetter vom Feinsten maximal 32 Grad. Die 7-Tage-Prognose für den Westen zeigt, dass dann doch ein paar Gewitter mit dabei sein können. Zum Wochenende hin legt dann die Temperatur wieder zu. Wir sind über 30 Grad meist unterwegs. Im Osten auch viel Sonnenschein. Regenschauer bleiben die Ausnahme. Freitag Top-Tag mit 31 Grad. Dann gehen die Temperaturen weiter rauf. Die Hitzewelle bleibt uns auch bis in die nächste Woche hinein erhalten.